RTG GH. Interessantes Team, sehr viel Super League drin. Ich lege wieder nach einer Minute hinten glaube ich. Fast. Eieieiei. Fandasar so eine Maschine. So gut gehofft ey. Nein, Rot. Nehm ich. Richtiges Schmutztor. Und ja, der zockt wirklich wehkoste in der IV. Aber der kann zocken, ist das Problem. Fandasar. Boah, was? Ganz stark wie Ira. Boah, scheiße. Scheiße. Macht so Druck der Gegner. Dega, der macht so Druck. Der macht so Druck. Wow. Spielt der für Pressing? Alexis Sanchez. Du geile Sau. Boah, der war so wichtig. Alexis Sanchez, Digga. Alexis Sanchez, meine Freunde. Gar nicht stark, Tore. Spielt nur Druck nach Fehlern. Brauchst nur eine zweite Mannschaft auf der Bank wegen Fitness. Okay. What the fuck? Alles klar. Ah ja. Natürlich. Ne, ne. Alles gut. Ganz normal. Oh. Oh. Oh, die ist gut. Digga, dieser Gertruida nach Ecken ist so ein Monster. Chat, lernt Ecken. Bitte. Das sind ein bis zwei Weekend-League-Siege-Bonus-Ecken. Oh, wie schön. Nein. Boah, wäre das schön. Boah, das wäre so schön, das Tor. Oh, der hat auf Dreierkette umgestellt. Dann werde ich das gleiche machen. Boah. 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 laughing. Boah. Stark von Miere aber. But, Boah, das wird auf der Erde gewfeit, und dannworld-League-Reague-Siege- Jeder-Weine. Da war die Ver calculated. ich dachte spiel dreierkette sind da los was ein tor gesehen egal wie die bälle da rumbacken schnell raus nein nicht dahin korrigieren wir den passt doch nicht so bohr gratis jeder pass ein kampf lol ich dachte er geht rein nicht dahin digga diese passkorrektur und wieder gemufft die passkorrektur ist bodenlos ey die passkorrektur ist bodenlos zum glück ist van der sa so gut ja da sind die 16 junge da sind die 16 junge let's go man let's go gg sticker bohr der war ein brett alter der war ein brett mit seinem türkischen team der war ein brett das war djirn als ob der djirn dreimal deutscher meister halt die fresse halt die fresse halt die fresse ich hab das war die sportler ach du ist auch live oha ey ggs man wir haben halt krassen teamvorteil gehabt da muss man ehrlich sagen schick mal link bitte schick mal link bitte ggs digga wir müssen mal ein bisschen liebe bei ihm da lassen guck mal da ist er ey der ist so korrekt ich mag den echt gerne der ist ein ehrenmann auch mal rein folgen hier ggs bruder ggs chat liebe bei ihm da lassen ja liebe bei ihm da lassen das war echt ein brett ich hab mich schon gewundert er spielt so mit dem türkischen liga team ich denk mir so eyo was geht jetzt ab was geht jetzt ab er ist voll am ölen denk er player lock und alles aber es war ein hartes stück arbeit ey aber das war wild ne guck mal zu ake ui guck mal der ake ui und weg ist er ne der hat echt strong gespielt haben richtig geschwitzt am ende aber muss man auch fairerweise sagen ne ich sag euch ehrlich das war teamvorteil hat man schon gemerkt am ende ne wenn dann mbappé toti oder ein harlan totz eingewechselt wird äh gegen gegen weghorst und so ne das muss man schon sagen also mit dem team mit dem der gespielt hat sehr krassen respekt alter ggs man ja mit normalen team hätte er mich safe geschrubbt safe call mein brother und es ist ein guck mal und da auch Vielen Dank.